Zwei Planeten gleichzeitig, na toll. Zweimal im Überraum jumpen. Naja. Ihr macht's glücklicherweise auch mit Bier. Also, Überraum springen. Ihr müsst es auch aushalten. So, das wollte ich sagen, ja. Mhm. So seh ich das auch. Hast vollkommen recht, Banta. Mal sehen, welche Nebenquests wir dann dafür haben. Sammeln Teile. Okay. Was was ist denn? Klar, die ist kaputt. Wenn sie schon in Überzahl schuft, müssen sie wenigstens was haben, oder? Äh, ja, das ist eine gute Idee. Ja, seht es euch an. Das hier ist die große Arena. Ja, ja, die große Arena. Wort Anna. So, da haben wir jetzt einen Teil davon. Ja, das ist die richtige Art Knochen. Aber es ist nicht genug, um einen Pottrenner daraus zu bauen. Könnt ihr davon noch mehr besorgen? Ne. Nack, nack, nack. Ich brauche mehr Pottrenner-Teile. Wo kriege ich Pottrenner-Teile? Um Pottrenner-Teile zu bauen, renne ich hier durch die Gegend. Ich würde gerne auf die Eerseite dieses Knochen-Refnicks. Und wir sind wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Wow. Da ist nichts drin. Nein, wir waren da unten, da gerade eben. Hier war es nicht. Oh, komm, dein liebes Spiel. Gib mir bitte jetzt einen Hinweis. Das wäre super nett. Nope. 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 Die gab nichts. Es bleibt spannend und wichtig. Wow. Dadurch, dass ich... Ich kriege also jedes Mal ein Teil davon, werde ich... Nein. Der Zähler. Der Konto zählt nicht. Ich hätte mir jetzt doch stark verwundert, wenn ich jetzt... Dadurch, dass ich das Schiff zum zweiten Mal zerstört habe, das gleiche Teil schon wiederkriege und damit ist sie... Äh, ich zweifel mir. Nein. Der Konto finde ich sehr witzig. Aber hier muss noch irgendwas rumliegen. Komm, geht hoch. Ah, hier geht noch eins. Dann machen wir das dritte. Ich hab das da. Ich hab jetzt vier eingesammelt von dreien und hab nur noch zwei. Dann machen wir das dritte. Ah, jetzt habe ich drei. Dann rennen wir mal hier weiter gucken. Ja, hier ist das nächste Teil. Ich tausche sie nur mit euch, wenn ihr ein Rennen gewinnt. Ein kleiner Händlertrick, den ich auf Wattogekale aufgestellt habe. Habt ihr das drauf? Na dann. Ach komm schon. Ich hätte wahrscheinlich einen springfähigere Charakter nehmen sollen. Hey, sieh nicht mich an! Ja, haben wir doch tatsächlich geschafft. Wunderbar. Ja komm, mach den Quatsch auf. Beidrucken. Also gut, hier sind eure Teile, wie versprochen. Ich verstehe nicht, wie dieses Geschäftsmodell gut. Seht mal, wie es bei Watto klappt. Ja, ich verstehe auch nicht, wie das funktionieren kann. So. Ich vermute, mein nächster Halt ist die Wolkenstadt. Aber ich lasse mich hier nochmal durch die Gegend gleiten. Nicht, dass es hier aussieht, sondern doch drei Teile sind statt nur zwei. Oder drei Arten von Reilen. Aber das sieht aus, als würden wir nach Bespin fliegen. So. Nachbar ist gut. So. 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 Now. So. 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 Ich habe neue Informationen. Nein, ich bin nicht interessiert. Wahrscheinlich ist es eines der Archivments auch. Ich lese jedes Tipp-Ding, was der Ruide dir geben kann. Komm runter, du Jede, ich brauche dich. Ja, danke, äh, große Kiste? Welche große Kiste? Okay, da ist nichts mehr. Ja, 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 ja. Das haben wir einfach versucht. Das hat nicht so gut funktioniert. So was mache ich nicht mehr, Kumpel. Die Leute kaufen nicht mehr so oft Pottteile wie früher. Also musste ich leider die Preise anheben. Und bis mehr Kunden kommen, bleiben sie auch so. Ist mir egal. War mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Beehrt uns bitte wieder. Lass es bitte drei sein. Äh. Na, das ist das eine Teil. Ja, ich könnte natürlich die Leute dazu bringen, hier rüber zu reden. Und keine Ahnung. Und... Aber ja, ich kann es auch lassen. Ich muss nur noch die große Kiste finden. Pop und ein neuer. Seid ihr große Kisten? Da sind die drei. Und zurück. Ja. Ja. So viele Teile damit kannst du das Holzbord reinhaben. Das hast du gesehen. Also fang an zu bauen. Ist klar. So viele Teile damit kannst du... Ja, habe ich doch schon. Fantastisch. Jetzt kannst du einen bunten Klassik auf Tattering teilnehmen. Und der größte Pott reinhaben. Ich habe das je gesehen. Könnte ich jedenfalls bei dem Schiff hätte das nicht dort hinbringen. Äh. Wie wäre es bei deinem letzten gefallen? Oh, danke. Ich werde den Pott aufladen. Seid vorsichtig auf den Weg nach Tattering. Es wäre zu schade, wenn mein Pott von Piraten gestohlen und von Imperium in Luft gejagt würde. Oh Gott. Natürlich. Ja. Wir müssen natürlich wieder irgendwelche Gewahre hin und her... Warum müssen wir sie schmuggeln? Es ist ein Pottrinner. Der muss doch legal sein. Meep. 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 Ja. Ich habe es kapiert. Schlechte Nachrichten, Kumpel. Wir werden diese Ladung nur noch deinen Händen befreien. Es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Außer, dass ich mit meinen Lasern schieße. Du wirst es nicht aus dem Sektor rausschaffen, Kumpel. Ich vertraue mir. Sagt wer und welche Flotte. Oh nein, ich gebe ihn. Bei den Raubkämpfen ist man ja nur, weil... Ich muss mich nicht bewegen. Ich muss einfach nur schießen. Ich wünsche dir eigentlich ein besseres Spiel draus gemacht. Naja. Es ist, was es ist. Ich übernehme jetzt diese Ladung. Es soll er werden. Bevor ich unangenehm werde. Aber das ist ein wenig. Ich habe das nicht. Sie hat mich mal mit dem Laser getroffen, weil ich mich nicht bewege. Schlechte Nachrichten, Kumpel. Wir werden diese Ladung nur noch deinen Händen befreien. Und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. ganz schlechte Nachricht für dich also wirklich schlechte Nachricht für dich ich glaube du bist du ich glaube nach dem Stream werde ich mehr ein Kakaobahn und ein schönes Star Wars Buch lesen dabei sehr entspannt sein oh ich möchte mit dir sprechen das ist krass ich bringe euch runter nach umsetzbar oh vielen Dank wir haben es offenbar geschafft ich bin ja darauf einen neuen Pod auszuprobieren halt dir anzuzeigen was deine Haaregeschwindigkeit ist schaut mir unbedingt zu ok sicher werde ich das denn sicher nein ich glaube ich nicht das bist du da kam gerade echt laute Kopfgeldjäger vorbei ach ja dann müssen wir mal runter nach Endor habe ich hier noch irgendwas ich habe keine Ahnung was genau das sagt und dort dort der immer ist so brauchen wir später Änderungen an die Kanzler PE geben wo soll das sein of course und natürlich course und naja ja dann und kiff Bier wahrscheinlich auch einmal in den Zinsatzbezug bitte ich komme ich habe neue Fettzerrecken na toll und mir muss noch einige Dinge wir machen wie euch Untertitelung des ZDF, 2020